Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von CarsoStyle. Mein Name ist wie gewohnt Blika und heute seht ihr es ja schon im Hintergrund befinde ich mich an der Classic Raymax hier in Berlin, dem Oldtimer Zentrum und natürlich auch ein paar anderen Fahrzeugen die man hier sieht und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.